auf geht's zum marktplatz da sollen wir die stellung halten des ganzen tests über der ganzen prüfung im endeffekt wieder relativ schwierige müssen die ganzen soldaten wie hier genau sie alle beseitigen noch zwei stück ganz einfach so ja das war's schon zwei angriffe blitzschnell vielleicht sind wir am marktplatz hey ihr galbert janischen feiglinge was versteckt ihr euch denn langweilig mich nicht der tickt doch nicht richtig also hier ist seifer voll in seinem element einfach nur krieg zerstörung alles und jeden töten so das ist der marktplatz aber mei ich bin wirklich nicht aber was ist der�� zumsehen da kann man aber den wції sind wir jungen dann jungen w ich bin mich ich bin ich bin ich bin in in ich bin Ich glaube, es sind noch Feinde. Dann geht mal die Umgebung checken. Natürlich. So, dann gehen wir einfach hier nach hinten. Da sieht man den schon. Das sind auch nochmal welche. Jetzt ist noch ein kleiner Kampf. Dann haben wir den Marktplatz gesäubert. Hm, nur einer. Okay. So, fertig. Ich rieche den Feind nicht mehr. So, laufen wir zurück zu Cypher. Quatschen die Namen. Wir warten, bis mehr Feinde kommen. Warten. Ich hasse dieses Wort. Es hat begonnen. Wir werden sie herzlich empfangen. Hey. Du Bastard. Verpiss dich. Hey, ihr galbadianischen Ärsche. Was drüdelt ihr herum? Kommt zu mir. Macht mir Freude. Es kommt niemand. So ein Scheiß. Langsam wird's langweilig. Da stimmt doch etwas nicht. Wie lange müssen wir noch warten? Es reicht jetzt. Ist das eine Geduldsprobe? Ist das eine Geduldsprobe? Sie ist eine Geduldsprobe? Und dann geht's. Hey, der Feind, wo laufen die hin? Da ist doch etwas am Berggipfel. Wir gehen dorthin. Das ist gegen unsere Befehle. Sagtest du nicht, die wäre langweilig oder nicht? Squall, ich füge mich dem Truppenführer. Von wegen Truppenführer. Du willst dich doch ebenfalls austoben. Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe. Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Ja, du solltest mir dankbar sein. Wie denn, was denn? Ihr versteht euch erblendend. Ihr seid aus dem selben Holz geschnitzt. Hört mal, das ist kein normaler Kampf. Es ist eine Prüfung. Für eigenmächtiges Handeln gibt es fette Minuspunkte. Dann bleib hier, wir brauchen keine Klugscheißer. Was hast du gesagt? Nimm's nicht so ernst, Cell. Seifer, wenn wir gehen wollen, sollten wir das jetzt tun. Der Feind ist in der Anlage am Berggipfel. Wir, der B-Trupp, werden diese Anlage besetzen. Abmarsch. Verstanden. Ver-standen. Bewertung Wir verlieren unsere Position, was nicht Teil unseres Zielmacher ist. Dennoch tun wir es, denn der Truppenführer hat es so angeordert. Deshalb tun wir dies So, hier liegen auch schon Soldaten, die niedergemetzelt wurden. Wer seid ihr? Wir sind die Siedanwärter aus dem Garten. Wie sieht's am Berggipfel aus? Die Galbadia-Soldaten sind in den Sendeturm eingedrungen. Außerdem sollen dort Monster hausen. Wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr... Ja, die meisten Fahrungsmöglichkeiten sind der, der den Gegner fertig macht. Das ist mir also weltübrig. Ach, das ist einfach ein Idiot. Oh, können wir langsam auf die Energie gucken, unsere Leute? Ja, genau, greif ich an. Ah, da war's kein Ding. Ah, da war's kein Ding. Da. Hier, die Spitzerfähigkeit von Spall. Hier unten noch Hochspalter hinterher. Also man sieht, die Attacke zieht wirklich enorm viel. Also den Sanktion. Und dann geht's schon mal. Der Tier sieht schnell aus, und in den Tatsachen rauskommt. Oh, das ist alles. Monster. Das ist übel. Wir haben eben mehr Spaß. Kommt jetzt. Spaß. Ja... Seiweizen... Komischer Typ Ja... So... Das war's auch mit dem Kampf Ja... Unnötig Generator überprüft Der Booster funktioniert fehlerfrei Was treiben die denn da? Materialfehler am Kabel Das Kabel wird ausgetauscht Verstanden Reparaturen Oberstürme